Die TAM ist für mich in drei Worten Faszination, Begeisterung und 150-prozentiges Engagement. Ich bin Katja und habe im Mai eine Ausbildung zum New Work Facilitator begonnen und diese Ausbildung war komplett online, ganz digital und hätte mir das jemand vor anderthalb Jahren gesagt, hätte ich gesagt, das geht im Leben nicht und ich bin total begeistert, wie es funktioniert hat, dass es funktioniert hat und wie viel ich in dieser Ausbildung mitnehmen konnte. Die Experience bei der TAM hat mich fasziniert und überrascht zugleich, weil beim New Work Facilitator erfahren wir die New Work direkt im Ausbildungsprozess und hinterher war es einfach ein großartiges Erlebnis, weil ich genau das gemerkt habe, was eigentlich New Work ist und das fand ich einen ganz tollen Effekt und der hat mir sehr viel gebracht und hat total viel Spaß gemacht. Ich habe gedacht, dass die Online-Ausbildung niemals so intensiv sein könnte, wie das Ganze in Präsenz ist und bin komplett eines Besseren belehrt worden, weil das Team hat so intensiv zusammenarbeiten können. Wir haben uns heute bei dem TAM Sommerfest zum ersten Mal live sehen können und haben das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon seit Jahren, weil wir über dieses Online-Format so zusammenwachsen konnten, was in Präsenz bestimmt auch gegangen wäre, aber ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass das über den Online-Wegen möglich ist. Für alle, die wissen, dass die Arbeitswelt sich radikal verändert hat und weiter verändern wird, die nach Wegen suchen, wie sie Teams weiter empowern und befähigen können, mit den Herausforderungen dieser Zeit klar zu kommen, mit den Veränderungen, die Digitalisierung, Innovation, Wandel, alles was von extern auf Unternehmen und auf Teams einprasselt, wie die verarbeitet werden können und wie Teams auf diese Art und Weise über New Work zu einer besseren Arbeit, zu einem besseren Team und zu hervorragenden Ergebnissen kommen wollen.